ja moin willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts 1 Final Mix PC Release ich sag es immer wieder gerne beim letzten mal haben wir Clayton das hatten wir glaube ich schon nicht gesehen beim letzten mal haben wir Clayton erwischt wie er versucht hat ein Gorilla anzuschießen habe beziehungsweise Donald hat ihn dann davon abgehalten und jetzt haben wir schon wieder einen Schuss gehört von Clayton und das kam aus dieser Richtung oh naja das war unfair das ist wieder der Tiger äh Leopard das ist ja easy wenn ich ihn angebildet habe so und zack jetzt ist er down immer noch nicht bam jetzt aber ich kann sogar rauslaufen theoretisch das ist viel mehr lieber zum letzten mal scheint so hui na zeig dich jetzt geht feige du dich bam pack mal etwas so gut wir erhalten und da ist mit der ganze gefallen reißzahn erhalten um oh nein das ist mit jane auch wieder hier die herzlosen auf den normalen jetzt habe ich nur die affen gesehen hier ja auch mehr leben auch drei schütze drei hits ausgehalten wahrscheinlich nie so haben wir jetzt zu clayton und drei hitze ein weibchen älteren auch nur auf die drei setzen so was ist jetzt oder was ja wohl dann gehen wir schnell zu jane jetzt eigentlich will ich gerne die gar nicht gewaltig ins geld klauen könnten genau wegen den hochgejumpft was die dort hier oben machen die dann hier maximum ap erhalten tatsanat post die meine truhe dieser kostenlose posten dankeschön ja 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 ausrüstung abilities bis 2 ap ich nehme aber der serker oder wer werke oder performieren über beserker hat irgendwie was neues charme nehmen wir auch mit tonald mp hast mp heilung wird beschleunigt das mag ich lieber auf donald tatsache scheiße hat sich wieder sachen lassen wir mal ich habe ihn nicht draußen das beteilt das ok hey wo ist jane was ist lust hat sein irgendwas kommen irgendwas kommen den in gefahr denn in nähe bei baumhaus das klingt nach ärger gehen wir wie er immer weiß wo jane ist woher auch immer er auch immer er weiß wo jane ist so rum kein deutsch mehr die ist schon wieder das ist super ich habe das herausgefunden dass ich das bekommen was ich zuletzt mache deswegen möchte gerne blitz als letztes machen mit wie einen blitz item von ihr rausbekommen das war die auch blitz eigentlich flieger der blitz warten das wird es nicht zu lange dauern ja das habe ich nicht diese magie daher kommen es haben wir noch weniger als blitz eigentlich mal so als meister eis meister warte was das ist ein eismeist das ist habe ich noch gar nicht glaube ich gesehen eismeister von Puffungi erhalten auszeichnung ob es einen verwendungszweck gibt eismeister ok abbestimmt weil ich dreimal eis gemacht habe habe ich das bekommen so jetzt machen wir noch mal blitz das wäre super dann na gut von nächstemal hat zwei items direkt da komm auch mit irgendwas mit feu freudentau erfüllung an glück hier verleiht ihnen glanz und muckli bla 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 das ist super ich habe verschiedene arten von den verschiedene drop beraten da kommt noch mal feuer feuer meister genau feuer meister tatsächlich geben noch mal rein zu speichern auf was wird ja nicht wieder gewissen gesattet so und jetzt bauen wieder die gegner hoffen nicht äh ja die aber auf jeden fall immer weiter gehen wir zum weiten baumhaus wir haben uns wieder viel zu lange hier auf können auch diesen weg hier benutzen oder auch den anderen weg ist es egal ich glaube der ist sogar schneller mach mir den lieber hier drauf einmal hier drauf einmal hier rüber geh nicht runter nein nein kann ich noch rüber perfekt hier drauf und einmal da drauf nehme ich hier oben will ich hier rüber dann muss ich hier rüber ne oder dann muss ich gar nicht muss nach oben was da hoch so kann ich hier hoch mammut baum die große dunkle frucht sieht verdächtig aus die ich hier zerstören wir die frucht herzlose merciler und die herzlosen Nerven es, darem sehr nervige herzlose uso прочist vorsch看 dauer wahrscheinlich sell an hätten lässt oder muss ich die pflanzen wieder aber Ja das war anscheinend richtig Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kam ich mich nicht erinnern Clayton? Wir müssen den Gorillas helfen Aber Dali, aber wo? Wir müssen den Toten bauen, können wir ihn nochmal speichern Sollen wir hier zum Zelt? Aber wo ist denn Clayton? Und vielleicht schaffen wir es jetzt ja Auch Aber hier links nach links zu gehen Nee, der hat sich zerstört Ich verstehe nicht wie man nach links gehen kann Da kann man irgendwie hin Ich finde er wird immer noch zu schwach Ahm Ich bin jetzt zum Zelt Wo Clayton hier ist Nein Clayton ist nicht hier Wo ist denn Clayton? Wieder die Okay, das mache ich auch wieder Weil die Eidens brauche ich irgendwie unbedingt für die Blitz würde ich gerne Einblick haben Wir machen ja keinen Blitz Mach nur Feuer und Eis Ah, perfekt Donnerblätter Genau Und lässt jetzt noch Donner Donnermeister Blitzmeister oder sowas Versuchen wir das mal Keine nicht so schwer Dann müssen wir länger warten Er kommt Oh Oh Wollte ich gar nicht Wollte blockieren Mist ey Egal See ya Thunder Drei verschiedene Sachen Und wir geben mir Donnerblätter Soll ich mich zu Donnerblätter jetzt gemacht habe Ist Clayton vielleicht hier? Wieder die Okay Geht das eigentlich? Nein, geht nicht Jetzt habe ich nicht aufgepasst Dann das die Jawohl Okay Also ne Anwesiedern Hier geht bei denen nicht Der Boah, kein Plan Wieder der hier Ja Boah, das ist richtig schwierig ey Bin ich ja nur geraten Das ist wirklich nur raten Gerade Der hier Kein Plan Ich habe den Komplett vergessen Ja Ei Da der linke daneben Okay Habe ich drei Versuche Oder habe ich nur einen weiteren Versuch Der mittlere Das ist, denke ich mal der hier Nein, auch nicht Hat einer daneben Okay, letzter Versuch wahrscheinlich, ne? Der mittlere wieder Das ist aber jetzt auf jeden Fall der hier Jawohl Aber das ist mein letzter Versuch Ich darf nicht noch mal verkacken hier Boah, ne Raus Boah, da habe ich Glück gehabt Das war schon Okay, dann drauf Den habe ich schon bekommen Hätte ich jetzt wirklich Öfter geschafft Naja Das gleiten ist hier drinnen Nein Cleiten? Nicht Clayton Nicht Clayton Gut, der Arsch Ja, da ist er gesehen Auf der denn hin Hallo Was? Leute, ich habe wohl die one-shotted. Ronald und Goofy. So ein Schletten, so ein bisschen, weil der eine ist, der gerade bewusstlos ist. Ich habe nicht wirklich den Punkt gerade erwischt. Aua. Oh mein Gott, ein Leben. Kletten macht viel mehr Damage als der andere. Ich werde den Kletten eigentlich loswerden. Wen hat der Junge noch? Aua. Aua. Wir haben ihn besiegt. Aua. 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 Kräfteheilung erhalten, die Magie Vita erlernt, ja. Huh? Huh? Whoa! ist rin teile sein home tat sein zu hause hat sein zu hause ja wir haben kleid und besiegt wir haben ein weiterer schutzwasser freigeschaltet den wasserfall hier okay konnten wir hier mal jetzt kisten zack zack zu erhalten so noch mal kisten ja wohl gerade mit china ist hier hoch gibt es hier noch mehr kisten das noch eine kiste das doch noch nicht richtig verpasst haben soll das ordentlich gefallen hier hoch kann ich hier hoch dort hoch kann ich aber eben lieber hier hoch dann hier runter noch nicht die gännis zur kiste kiste auch ich halt kommt als die orichal kum oder ist das ein wieder etwas anderes aber ich halt kommen auch die halt kommen dass ich das jetzt auch ich halte kum noch weiter rennen mit rege halten ups nein wirklich na komm leute das mit nach oben so damit ich immer hierhin kann ich mich jetzt hier das halten dankeschön kann ich könnte doch so mit arbeiten mit dem first person aber so was ist denn hier haare zeichen ein weißes trio das ist das ist das ist das ist Oh, das heißt... Huh? Oh! Oh! The waterfalls! They're echoing all the way here! E-hoo-hoo-hoo-ha! Friends there. See friends. Oh, now I've got it! E-hoo-hoo-hoo-ha! Means heart. Friends in our hearts. Hm. Heart. Oh. So that's what it meant. Friends. Same heart. Clayton. Lose heart. No heart. No see friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. I'm sorry too. Yeah! All for one, huh? What? Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! We've talked a little about the colors. Perfect. Okay, okay. Oh, my God! Let me know you! I just wanna know you get to know you. Aber es ist sicher nicht der König. Ich denke, dass jemand einen neuen Admirer hat. Nein, 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 nein! Die König werden mich töten! Was macht den Heartless in dieser Welt? Der Hunter hat sie dort geholfen. Es war seine Lust für die Macht, das war der Bete. Aber es scheint, dass der Bete zu viel für seine eigenen Gute war. Ja, er hat sich geholfen. Aber insofern... Hmm. Ein schwachartiger Typ wie ihn, hat keine Chance gegen den Heartless. Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eine der Kühle gefunden. Schau dir nicht. Er dauert lange Zeit, um den Rest zu finden. Besonders, er bleibt blisterlich unbewusst von unseren anderen Planeten. Ja, die Prinzessinnen. Sie fallen in unsere Hand, eins und eins. In der Kühle. Späge. Außerhalb von which. Alice. dann wollen wir uns mal wieder auf den weg machen wo sie überhaupt euer schiff also nicht weit weg so da tatsan freunde so hat simplexus erhalten ein schlüsselschwert das schlüsselschwert bezieht seine kraft aus den anhängern jeder anhänger verleiht die schwert neue kräfte in den anhänger werden unter den menü option ausrüstung angebracht naja das rote triot erlernt jetzt können wir das rote triotisch machen warum erst jetzt schaut man dieses gummistein der aus dem loch fiel er sieht merkwürdig aus abgeschlossen merke würde ich aus was der wohl dort ist gruppenmitglied ist einfach nur wird die tatsache welt abgeschlossen vielleicht kann uns gern weiterhelfen für die d wir sollten zurück nachher was uns fragen aber ich bin steuermann nein lasst den steuerknüppel los hey ich habe das blitzschwert ich bin auch auf wird worden aber nicht zum piloten machen wir mal zurück zu terreston aber dafür davor können wir zum arjen der lücken mal nachschauen vielleicht ist da was neues ein rotes triotisch wo ist denn ein rotes triotisch ich weiß zwei interwebs haben einmal einmal hallo handy einmal der weg zum zurück zu der kandidaten nation einmal da wo ich das allererste bad service ton gelandet bin dort können auch noch mal dahin gab es noch bei noch woanders rote triotisch bei alice land wenn die welt wird das wunderland oder nur kann mir mehr leben gehabt werden wieder da gewesen das ist schon peinlich ich weiß nicht wo wir noch dreh oder zum triotisch hätten herrkoll ist nicht oder herrkoll ist immer nachschauen was und sauer dauert weiß es ist wonach ich hatte den linken kopf ne tut mir leid und da schon will ich nicht da kann ich aber kürze die welt aber reingucken und dann schneiden mich da nicht nichts finde ist ja das alles offen mit die wirklichkeiten da kommen wir nicht schade wir schon bald da ein bisschen stärker wurden wir halt mit den schüssen aber dass die zu retten das ist ein bisschen komisch die zu rechts könnte ich rede auch unsere gemäte noch weiter verarbeiten dann haben wir noch ein waffen bekommen oder neue tools müssen drei da unten links haben wir schon mal neu bekommen aber ich weiß nicht reißzahn gummi erhalten ok reißzahn vielleicht gibt es noch neues okul ist viel weiter die spiel davor stören besser nicht warum stören wir einmal das steht doch nur da mit antreten kommt wieder wieder sonne fertig das sind trainier nach naja schade leider nicht fertig schade aber auch ein grünes rote trio ne also ich weiß jetzt nur wirklich nur zwei von travestone da habe jetzt kein gefunden da ebenso nicht hier als stadt travers mit zweimal fliegen brauchen wir nicht direkt dahin fliegen auch zum lück ich hatte gerade ich habe voll wieder verkackt ohne na gut noch geschafft doch so jawohl so viel wie möglich alles man mitnehmen je mehr desto besser nein aber gut da 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 ich habe die stadt zuerst und nein das war es denn da war ja so teilweise mitte dann fragen wir mal leon leon hier leon ist wahrscheinlich bei der unterirdischen hülle trainiert dort oft weißt du der kanal in der hintergasse ist mit erhöhter verbunden und genau dort gehen wir beim nächsten mal hin ich sagen das wäre es mit der runde das war es von der folge von mir ist was von meinerseits ich bin der plexus in der video beschreiben sich viele tolle sachen verlinkt und hier rein und sehen sie und daran dass möglich und ein donald